Das neue PC-Games-Hardware-Sonderheft ist da. Schritt für Schritt zum Spiele-PC. Egal ob Aufrüsttipps, PC ist für verschiedene Budgets, der Eigenbau-Guide, Praxistipps oder die Kaufberatung mit Leistungsindex und Einkaufsführer. Die Aufrüsttipps finden anhand von verschiedenen Spielen statt, damit Sie erfahren, welche Komponenten sich lohnen. Beispielsweise Crysis 3. Verschiedene Zusammenstellungen für unterschiedliche Budgets bieten für jeden Spieler den richtigen PC für das kleine Geld. In unserem Eigenbau-Guide zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie alle Komponenten einsetzen und Fallstricke vermeiden. Abgerundet wird das Heft durch den Leistungsindex Prozessoren und Grafikkarten samt den dazugehörigen Einkaufsführern für weitere Komponenten. Wir listen detailliert auf, was welche Komponente kann und geben Empfehlungen für verschiedene Preisbereiche. Das neue PC-Games-Hardware-Sonderheft ist ab dem 24. April im Handel und online erhältlich. Schritt für Schritt zum Spiele-PC. Das neue PC-Games-Hardware-Sonderheft ist ab dem 24. April im Handel und online erhältlich. Das neue PC-Games-Hardware-Sonderheft ist ab dem 24. April im Handel und online erhältlich. Das neue PC-Games-Hardware-Sonderheft ist ab dem 24. April im Handel und online erhältlich. Das neue PC-Games-Hardware-Sonderheft ist ab dem 24. April im Handel und online erhältlich. Das neue PC-Games-Hardware-Sonderheft ist ab dem 25. April im Handel und online erhältlich.